Das ist ein geiles Quiz, Leute. Das ist ein geiles Fortnite-Quiz. Okay, wir starten. Drei... Das ist ein Fortnite-Quiz, soll es sein, okay? Dann spielt ihr Skims gleich. Bei dem war vor, war ich der Erste. Ja, wo? Da musst du... Das war mein Papiers Wissen, wirklich. Quiz. 82, wir starten, wir machen nur bis 20. Ohhhh... Fünf... Ich mache mal nach 15 Sekunden, mache ich Skims. Ich mache nach 15 Sekunden. Nach 15 Sekunden skippe ich immer. Ich habe Battle Royale nicht gesehen, Digga. Ich dachte generell... Was? Shit, ihr spielt alle Fortnite, alle Fortnite. Die Hälfte passt nicht. Ich habe auch 2.16 gemacht. Selkan, dich muss ich eigentlich oben sehen. Which weapon is in between? Müsste jetzt gucken. In der Mitte. Die Waffe. In der Mitte. Die Waffe. Wie sieht diese Waffe aus? Heavy Shotgun, ja. Schöpft das? Läuft schon besser. Mike auf dem zweiten! Das ist unser Mike. Wo bin ich, Junge? Ich habe 1700 Punkte. What skin is this? Komm, zeig dein Skin. Wir machen nur bis Frage 30. Oh, ich habe keine. Doch, ich weiß es. Ich weiß es auch. Warte. Das ist auf Englisch, Digga. Valla. Beviatan? Nein. Das hier. Das hier. Ich hätte das genommen, aber ich glaube das ist falsch. Ich habe Rot und ihr? Gelb. 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 Ja. Oh mein Gott, guck mal. Ich habe auch gekackt. Das ist diskarbeit. Ihr habt 10 Sekunden. Ich habe früher deinen Mates genommen. Du musst das wissen. Weißt du das? Was? Das war früher ein Mates. Ich habe einfach geraten. 50-50. Du und dann haben den Skinner mal gespielt. Ja. Da war ein Battle Pass eigentlich. 82 Fragen. Wer macht noch? Wir machen nicht halt. Wir machen nur bis Frage 30. Nein. Wir machen nur bis Frage 30. Where the tomato temple take over? Hä? Da ist ihr weggegangen bei mir? Was ist das? Ich frage dich. Ah. Ach so. Vor allem die Frage erst jetzt gecheckt. Ich habe direkt... Ihr müsst das packen, Alter, man. Ich habe mehr Belieft in euch. Was macht ihr? Verpackt ihr komplett. Ich frage die Frage am Anfang nicht gestanden. Oh. Florix, da ist schon deine 100 Bits, bro. Tomato Town, okay. Da haben nur viele wenig falsch geantwortet. Das ist gut. Ich bin stolz auf euch. How many weapons can you hold in your inventory? Excluding your pickaxe. Excluding your pickaxe. Ich glaube, wir haben das jetzt falsch gemacht. Excluding heißt das nicht ohne? Du mit. Wirklich? Oh shit. Dann habt ihr viele... Mit oder ohne? Excluding. Ich weiß nicht, was das heißt. Ich glaube 6. Nein. Sag ich doch, excluding ist ohne. John ist so fett, Alter. John hat keine Ahnung. John, du Opfer, ja. Bravo. Danke für deinen nächsten Witz. Wäre mit. Hä? Mike hat recht. Ohne. Ich glaube, Mike ist der Erste jetzt, oder? Mike, Junge. Mike. Mike rasiert. Ach du Kacke. Wir machen bis Frage 30. Is there any 4th of July? Skins. Check ich nicht. Also, ist das das Skin der am 4. Wo soll man das wissen, Alter? Ja, man. Was? Oh mein Gott. So viele liegen falsch von euch. Is there a school trooper that close in the dark? Okay. Okay. Sehr gut. Is there a girl school trooper? Leute, ich hab 10 Sekunden zum Antworten. Hä? Schiro, dein Ernst. Gibt's noch 2 auf dem Bild? 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 Ja. Das ist nicht auf dem Bild. Das hier mal was bekommen. Ja. Ah fuck. How many stages does Daya have? Was Daya? Ja. Ich hab nur 4. Krass. Was jetzt? 9er-Pay 6. Boah, du warst nicht von Siegler. Slicks! Slicks ist erster. Ich hol euch noch einen, Lack. 4. 3. 3. 3. 3. 3. What did Epic Game replace Anarchy Equals with? Gegen was haben die Anarchy Equals ausgetauscht? Es ist Lazy Links. Hä? Nein, es ist blau. Hä? Seid dumm. Ich hätt euch an Lazy Lake, dachte ich. Lazy Links? Hä? Oh mein Gott, Chiro, du fettfingers. Ich spiel nicht mehr. Ja, wenn ich auf jeden Fall kacken würde, würde ich auch nicht spielen. U-A-Disto-Skins. Komm, Chiro, was sind das für 2 Skins? Das weiß ich sogar. Ich auch. Weil ich nur den eigentlich kenne. Das wirst du jeder. Nix. Was? Was? Du, ein Lama zu Dings. Wenn du auf 4-Eck drückst. Alter, ach so. Was? Ah. Du drückst 4-Eck, dann ist Surge. Oh, Serka ist auf 2 gerutscht. Armin Burak Hamoudi. Er weiß sowas, Armin. How many seconds does it take to revive a teammate? Ja, das weiß jeder. Kommt. 5. 5. 10. Wow, wie schnell. 5. 5. Ich glaube auch 15. Ja, 5. Easy, Chat. Oh, wer hat denn wirklich 5 genommen jetzt? Der, wo kommt? Die 3 Emotes. Ist echt jetzt wieder bei mir? Hä? Aha. Ah, ich habe keine Ahnung. 10 oder 15 Grad. Ah doch, ich kenne den. Wegen dem einen weiß ich. Soll nächstes Mal so etwas mit Kohle machen? Ich weiß nicht, Alter. Es ist nicht viel, aber so dass der Gewinner einen 10er kriegt oder so. Keine Ahnung. Nein, das ist unfair. Warum? Ja, guck mal, die auf Handy schauen, die haben gar keine Dinge. Die haben gar keine Chance, wenn wir so richtig viel Delay haben. Was sind diese 3 Skins? Leute, dreh 3 Skins. Ah, das ist schon wieder gleich. Aber Mike und Mick war sich 10 Mal voll sicher. Oh mein Gott, Chat, warum weg? Das sind alle falsch. Zedkan ist am ersten. Ich habe was halt gesagt. Zedkan wird das gewinnen, John. Digger, Mike ist nur noch 17 da einfach. Ich bin überhaupt gemutscht. Oh mein Gott, Mike. Seitdem du hier drin bist. I don't know. Nein. Hast du I don't know gemacht? Nein, wer? So, what the Disweapons Editing's Fortnite. Leute, easy. Nein. 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 Natürlich nicht. So eine Waffe gab es noch nie in Fortnite. In welches gab es noch eine Waffe? Aber wer jetzt Noah hat, der fliegt hier raus. Was? Hä? Nicht mehr? Leute, warum? Wo ist das? Was? Was ist das? Was ist das? Skystalker. Skystalker. Was? Skystalker. Skystalker. Jermic Moloch. JOLI! Ist das ein Reloading-Screen? Ich weiß es nicht. 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 Ich hab da zugespielt. War es weg. 250 Zuschauer, was? Next. Und Skin ist das genannt. Was? Ah, welches Serie durch diesen Kameran? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch. Obwohl nein. 15. Junge. Nein. Ich hab Grün. Ich hab mich vertauscht. Ah, kein Paar. Guck mal, wie Selkan jetzt runterrutschen wird. 5. Meinst du Selkan jetzt richtig? Oh mein Gott! Auf den dritten runtergerutscht. What the world is the skin? Oh. Ich fange ganz einfach nur zu dem Kopfball. Ich schwöre. Nein, das ist epic. Das ist epic. Ja, ja, das ist epic. Das ist legendary, glaube ich. Wenn raus, hab verklickt. Das ist ganz komplett. Ich sag doch, du hast jetzt komplett verklickt. Zwei Mal hintereinander falsch. Das ist legendary, glaube ich. Das ist legendary, das musst du ja. Nein, das ist epic. Das ist epic. Legendary. Was? How many Vibats does the skin cost? Noch 5 Fragen, dann machen wir was anderes. Ich weiß es. Wie viele? 800. Der labert eh. Ich schwöre, ich kann das gar nicht mehr vertraut. Das stimmt halt nicht. Nein, ich bin dum. Ich bin dumm. Nein, 1500. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Ey, nein. Das ist grün. Ich war blauer. Das ist grün. Nein, das ist grün. Nein, ich bin so behindert. Leute, ihr seid brains. Ihr seid brains. Oh mein Gott. Noch 4 Fragen. Ist das gegen Roadtrip. Was ist Roadtrip? Ich habe Ja gedrückt, ich wollte Nein drücken. Ich habe keine Ahnung was darüber wissen. Das ist Wüstending gewesen. Leute, Allgemeinwissen gleich, nur wenn ihr wollt. Was ist Voltrip? Oh mein Gott. Ja! Let's go. Ich hab mich verkriegt und bin richtig fertig. Serkan rutscht schon wieder runter, Devo! Devo, Junge! Ich überhole doch Serkan. Man muss Aufgaben machen für den. Der Devo weiß alles. Ist das Raden? Mach Allgemeinwissen. Ich glaube nicht, dass... Nein, das ist nicht... Junge, die wollen Allgemeinwissen. Sollen wir gleich noch eine Runde Allgemeinwissen machen? Musst du wissen. Mach du doch mit. Ich hab schon eine Runde... Ich bin Dritter gewonnen. Machst du das dann? Hey, du kannst doch selber mitmachen. Nein. Ja, warum? Eine Runde Brain. Eine Runde Brain anstrengend Chat. Okay, komm. Oh, Junge kommt! Was sieht hier alles? Nexus dann? Nexus ist Dritter. Ich bin 90er. Ich hab 17.200. Ich hab 40.000. Ah, jetzt kommen zwei Skips. Oh mein Gott! Das ist Scherer. Ich schwör, das ist easy. Ich schwör, das ist easy. Ich schwör, das ist easy. Guck mal, wenn's um Skips geht, habt ihr alle Ahnung. Aber wenn's um was anderes gibt, habt ihr keine Ahnung. Na, alle Skins rein. Goadis tut Skins schon wieder. Acha, danke für deinem Follow. Machst du die Game auch, danke für deinem Follow. Und packst du auch für deinen Follow. Das weiß ich. Nun, das ist grün. Rot, rot. Hey, Digga. Was ist denn da gestorben? Das ist grün. Was ist das? Oh, die sehen das doch jetzt anders wie aus. Das ist falsch. Spaß. Das ist natürlich blau. Oh, ich hab ne 6er Windscreen. Boah, Mike. Ich bin nur noch 6er Windscreen. Ähm. Noch eine Frage, ne? Also, der hat... Der hat... Der hat eigentlich so sicher den ersten Platz. Macht noch... Nexus kann... Serkan kann auch Nexus ein. Oder kann er aufs Podium kommen? Du musst jetzt auch anders eine schwere Fahrer kommen. Viele verkacken. Go. What's this... Is in the sky. Das war eigentlich Rakete, oder nicht? Ja. Das ist nicht easy. Das ist anders easy. Das ist anders easy. Andere Galaxie. Boah, das heiße ich nicht. Ich hätte Rift genommen, aber das sieht nicht nach einem Rift aus. Das ist aber Rift. Wegen dem Teil hier außen, weißt du wie ich meine... Oh mein Gott. Guck mal hier, das sieht hier... Das sieht hier nicht nach einem Rift aus, ja außen. Kommt das auch immer? Mach Fußball. Ich glaub nicht, dass der Chat Fußball hilft. Free Devil. Doch. Mach Fußball, mach Fußball, mach Fußball. Mick, du wirst verkacken Fußball. Nein, ich werde nicht verkacken. Nein, ich hab 19.900. Na, Selka ist auf dem dritten Platz gerutscht, was? Oh mein Gott. Mit Fußball. Komm, wie Fußball durch die Chat ist. Ja, mach... Fußball allgemein ist dann aber eigentlich geiler. Ach, haben wir schon mal. Oh, wir sind noch Stand und allgemein. Fußball allgemein ist dann doch. Danke. Selbo, Junge und Hamoudi. Wie? Auf dem DMG. Ja. Wie? 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 Bis zum nächsten Mal.